Auf der Galerie Die immer fort weiter sich öffnende, graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallsklatschen der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind. Vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Manege, rief das Halt durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters. Da es aber nicht so ist, eine schöne Dame, weiß und rot, hereinfliegt zwischen den Vorhängen, welche die stolzen livrierten Feuer öffnen, der Direktor hingebungsvoll ihre Augen suchend in Tierhaltung ihr entgegenatmet, vorsorglich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sich auf gefährliche Fahrt begibt, sich nicht entschließen kann, das peitschen Zeichen zu geben, schließlich in Selbstüberwindung es knallend gibt, neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft, die Sprünge der Reiterin scharfen Blickes verfolgt, ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen kann, mit englischen Ausrufen zu warnen versucht, die reifenhaltenden Reitknechte wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt, vor dem großen Salto Mortale, das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört es möge schweigen, Schließlich die Kleine vom zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küsst und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet, während sie selbst, von ihm gestützt hoch auf den Fußspitzen, vom Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen zurückgelegtem Köpfchen ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will. Da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die Brüstung und im Schlussmarsch, wie in einem schweren Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen.